Herzlich Willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge Das Korsaren lässt ein Prolog zu Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, in der letzten Folge haben wir die Strandwache begonnen und da sollten wir gucken, ob wir hier gegenüber dieser Insel oder gegenüber einer anderen Insel, ich weiß es nicht, irgendetwas Verdächtiges bemerken oder ich höre auf jeden Fall irgendwie so eine atmosphärische, gruselige Geschichte. Ich gehe aber mal woanders hin, ich schwimme jetzt mal in die Richtung. Das hat sich ja noch nichts getan, wir haben ja schon hier halb eins durch, laut Gothic-Zeit. Und schauen wir mal, ob sich hier was tut. Wuppdiwupp. Nein, noch nicht. Aber auch hier ist das Geräusch. Sehr gruselig. Und Guck, ist auch noch da. Ich säubte ja nachts durch, was ist denn? Okay, jetzt gehen wir auch einmal hier rum. Gucken, was hier ist. Hier ist ja auch noch ein Strandabschnitt. Das ist ja dieser hier gemeint. Oh, da ist einer. Der hat ein Säbel gezückt und und klaut mir meine Erfahrungspunkte. Jawohl. Mann, ich habe keine Lust auf diesen dämlichen Wachdienst. Wenn ich doch zumindest etwas zum Saufen hätte, am besten einen Grob oder einen Ruhm. Ja, ich glaube, dem kann geholfen werden. Ich habe zwar... Den habe ich nicht. Warte mal. Ich könnte dir was geben. Wer Gold versteht sich. Sehr gut. Meine Kehle ist schon verdammt trocken. Die Stimme, die kenne ich doch. Hier hast du etwas Gold. Yep. Blub, 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 blub. So. Und so alles weiter? Mach hier bloß keinen Mistepenner, klar? Ja, mache ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir da was geschafft. Also... Was waren es denn? Ja, Alligatoren. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern. Ach ja, und an der Stelle nochmal herzlichen Dank für Alain Buffon, der mir gesagt hat, man könnte in der Pfanne Kokosfleisch braten. Ich hatte ja schon mal irgendwie was gebraten, aber da lag auch was drin und das sieht nach Kokosfleisch aus. Mal gucken wir mal. Ich habe vorher nicht geguckt. Jetzt habe ich noch neun Kokosfleisch. Und was ist hier? Hier ist Schildkrötenfleisch, hier ist Muschelfleisch. Aber gebratenes Kokosfleisch? Fragezeichen? Sehe ich hier nicht. Oder war das kein Kokosfleisch? Gehen wir mal hier und gucken mal. Kokosfleisch. Ah, jetzt habe ich eins gegessen. Toll. Also merken wir uns acht. Wir gehen nochmal an die Pfanne dran. Ob wirklich was genommen wird von Kokosfleisch? Ich glaube es nämlich. So, jetzt sind es sieben. Hahaha. Und wo ist das Kokosfleisch jetzt abgeblieben? Von den sieben? Nichts zu finden. Oh? Nö. So was bekloppt ist aber auch. Heißt also, habe ich sie jetzt verkohlt oder was? Ungenießbar geworden, bitte. Hilf mir. Ein Kommentar wäre nützlich. Ja, ja. Also haben wir sozusagen hier zwei Alligatoren. Ach, jetzt springe ich mal hier rein. Und gehe nochmal in den anderen Abschnitt hinein. So, jetzt mal gucken. Eigentlich ist ja hier dieser Punkt gemeint, dass sich hier was ereilen oder ereignen sollte. Dann gucken wir doch mal gleich nach. Mal schauen, ob hier was ist. Ah! Oh, da ist er gleich vom Alligator. Genau, richtig. Dann machen wir diese dummen Alligatoren-Geschichten. Wie kann der stehen? Okay. Zack, zack. Na, beißt er mich oder was? Er hat mich ein bisschen gebissen. Okay. Wunderbar geschafft. So, und du kommst auch bitte mit? Los. Mal hier hinter der Palme. So. Was sagt unser Lokru? Strandwache. Aha. Ich weiß jetzt, wer sich nachts immer an dem Strand rum betreibt. Es sind Alligatoren, die von der kleinen Insel herübergeschwommen sind. Damit ist mein Job hier zu Ende und ich kann Jerome Bescheid geben. Ja. Die sind also noch da irgendwie versteckt gewesen. Naja, gespawnt. Wir wissen natürlich, dass sie gespawnt worden sind. Ach ja. Schlafen wir mal eine Runde. Was bist du denn hier, Törner? Ja, Törner steht da immer noch. Mein Gott, die Leute haben ja alle nichts. Oh, hier ist Mendoza am Slappen. Und wer bist du? Du bist, ah, du bist haltbestimmt. Das wäre natürlich jetzt nicht so toll, hier bei den Leuten zu schlafen. Aber... Ach, da ist Jerome. Okay. Machen wir das mal so. Ich kenne jetzt die Ursache. Ich kenne jetzt die Ursache für die nächtlichen Geräusche am Strand. So, na jetzt bin ich aber gespannt. Nun, wer verursacht diese? Die Alligatoren. Anscheinend schwimmen einige von der Nachbarn ständig zu uns rüber. Oh, da fehlt ein oder zwei Dialoge. Na, ich werde mal mit dem Käpt'n darüber sprechen. Mal sehen, was der Alte dazu sagt. Wenn es dich interessiert, was Mendoza beschlossen hat, kannst du mich hier nach meinem Gespräch mit ihm doch mal ansprechen. Kann allerdings sein, dass ich erst am nächsten Tag mit dem Alten sprechen kann. Zurzeit ist er ziemlich beschäftigt. Wahrscheinlich überlegt er sich wieder mal, wohin es bei der nächsten Kaperfahrt hingehen soll. Ah, okay. Gibt es noch eine Option bei Jerome? Warte mal. Außer, dass er mir was beibringen kann. Schärfen. Ja, okay. Gut. Ja, dann geben wir mal eine Runde schlafen. Dafür wecke ich mal die Mendoza. Hallo, Käpt'n. Na gut, okay. Okay, okay. Nein, du sollst... Oh, es wird gerade benutzt. Oh, jetzt will ich da rein. Wieso wird das gerade benutzt? Nein, der steht doch jetzt da. Okay, zum nächsten Morgen. Ah, ausgeschlafen und ausgeruht. Jut. Törnerchen. Und, ähm, was gibt es noch? Gehen wir mal jetzt rüber zu Jerome. Das ist unser Sam. Und jetzt gehen wir noch mal hier hin. Hey. Was hat der Käpt'n beschlossen? Frage zu achten. Was hat der Käpt'n beschlossen? Ich konnte bisher noch nicht mit dem Käpt'n sprechen. Komm später wieder. Der ist voll und ganz damit beschäftigt, unsere nächste Kaper-Part zu planen. Na, tolle Nummer. Und dann gucken wir doch mal, was unser Abbuch sagt. Alligator-Plage. Die Alligatoren unserer kleinen Nachbarinsel sind zu einer richtigen Plage geworden. Jerome will den Käpt'n fragen. Unternehmen Sie was? Das kann einen Tag dauern, da der Käpt'n wieder gerade gedanklich mit einem neuen Beutezug. Äh, ja. Mhm. Okay. Da werden wir jetzt nicht schlafen. Ja, er macht einen neuen Beutezug. Will er planen. Das werde ich aber bestimmt später mal austreiben. Dann schlafen wir doch noch mal einen Tag. Einen Tag. Genau. Bis zum nächsten Morgen. So, dann müsste es doch eigentlich jetzt mal ein bisschen mit Ergebnissen hargeln. Hargeln, naja. Zu dieser Situation mit der Alligatoreninsel. Jetzt geht der Sam wieder drüber. So, nochmal Jerome. Na, loskomm. Was hat der Käpt'n beschlossen? Er setzte eine Belohnung aus. Wer diese gefrästigen Alligatoren tötet, soll von ihm 500 Goldstücke erhalten. 500 Goldstücke? Nicht schlecht. Du sagst es. Ich würde mir ja gerne dieses Gold verdienen, aber mich auf eine Insel wagen, die von Alligatoren nur so wimmelt? Nein, danke. Und ich denke, dass sich so schnell auch kein anderer melden wird. Diese Viecher sind mordsgefährlich. Habe schon einige Male gesehen, wie die einen kräftigen Mann mit ein paar Bissen verspeist hatten. Da war zum Beispiel mal ein kräftiger Bursche aus Methaner, der... Nee, lass mal. Keine Details, bitte. Schade. Ich hatte mir jede Kleinigkeit gemerkt und könnte dir eine Menge berichten. Nicht nötig. Sag mir lieber, ob ich den Viechern gewachsen bin. Was? Du willst dich tatsächlich mit diesen blutgierigen Bestien anlegen? Überlege es dir. Das ist glatter Selbstmord, sag ich dir. Naja, also ich habe doch drüben auf der Insel die dummen Alligatoren besiegt. Jetzt werden die wahrscheinlich nochmal neu gespawnt. Nun, ich. Nun, ich. Werde es riskieren. Gegen diese Bestien habe ich keine Chance. Nee, ich werde es riskieren. Fertig aus. So. Ich werde es riskieren. Schließlich wollen wir hier so bald wie möglich weg. Mann, bin ich erleichtert. Ich hatte schon die Sorge, du kneifst. Aber du solltest auf jeden Fall gut gerüstet sein, bevor du den Kampf aufnimmst. Ich brauche eine bessere Waffe. Aha. Ich würde dir ja meine geben, aber das würde man sofort spitzkriegen und das Mentor ermelden. Du solltest dir daher irgendwo eine Waffe auftreiben, egal wie rostig sie sein sollte. Aha. Die habe ich doch. Diese Waffe. Ich habe eine rostige Waffe, das weiß ich. Und die ist hier. Oh, die kann ich sogar anlegen. Ja, stimmt. Ich habe ja genug Schaden. Äh, Stärke. Ja, natürlich. Stärke geschickt 24. 20, aha. Und 10 Lernpunkte. Yo. Was kann ich mit Geschick anfangen, außer Bogen schießen und Schlösser knacken verbessern? Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir darüber müssen. Ja, da hinten krabbelt schon. Ne, da ist was tot. Hä? Okay, wir wissen nicht, was die Mordler gemacht haben. Überzeugen wir uns selber. Indem wir mal hier nochmal rüberspringen und gucken, was wirklich da sein will. Ja, doch. Da ist einer zu sehen. Da ist noch einer zu sehen. Ach. Die kommen so ganz langsam irgendwie. Oh, schau mal mal. Oder sind es vielleicht neuartige Galiatoren? Galiatoren? Nein, Aligatoren. Was? Okay. Hup, hup. Die Gattelchen. Bittere mich. Komm, hinter mir her. Oh, die haben mich wieder gebissen. Mal kurz Stand finden. Jetzt habe ich Stand. Oh, die ist scheinen. Oh, die ist scheinen. Im Gegenüber zu stehen und es zu riskieren, was einzustellen. Anstatt steckt er hier was rein. Oh, das ist schön. Nichts zu holen. Ja. 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 Weiter. Ein schönes, klares Wasser. Klares Wasser. Kaltes, klares Wasser. Kaltes, klares Wasser. Jo. Körner, hast du noch was zu sagen hier? Nee, nur hey. Hey. Richte mal deine Frisur. Oder du mit deiner Lodenhose. Gucken wir mal. Drum. Komm. Er hockt auf dem kalten Stein. Hey. Die gefräsigen Alligatoren sind erledigt. Die gefräsigen Alligatoren sind erledigt. Ich weiß. Die Jungs haben deinen Kampf beobachtet. Auch Mendossa. Und was sagt er? Er sagt, äh, nicht schlecht. Wie? War das alles? Hey, bleib locker. Wer den alten kennt, weiß, dass dies ein ganz großes Lob von ihm war. Habe ihn selten so beeindruckt gesehen. Dann habe ich sein Vertrauen errungen. Das alleine wird noch nicht reichen. Aber ich denke, es wird nicht mehr lange dauern. Aber halt. Ich sollte ja noch von Mendossa das hier geben. Hätte ich fast vergessen. Gold? Und was für eine Menge? 500 Goldstücke. Pass aber gut darauf auf. Ein Mord wurde schon wegen weniger Gold begangen. Oh. Ein Mord? Wieso? Hat etwa jemand vor, mich zu ermorden? Nun, ich weiß zwar nichts Konkretes, aber der gierige Blick von manchem sprach Bände. Schlaf dahin stets nur bei verschlossener Tür und am besten nicht allzu fest. Oh. Okay. Mit mal erfüllten Missionen. Okay, das ist versteckte Beute. Beute. Ja, okay, das war das. Das muss ich auch noch suchen. Starken Rauer. Okay. Was war denn noch mal da zu tun? Na, ich speichere mal ab. Ja, gucken wir noch mal ins Logbuch rein. Quatsch. Erst mal gucken, wie viel Gold wir haben. Und 561, mein Gott, ich kann da jetzt bei Sam endlich die Sachen kaufen. Also, der will ja 300 Gold haben für die, für diesen grünen Novizen. Jetzt muss ich mal vorsichtig sein. Hey, Mendota. Hallo, Käpt'n. Hallo, Käpt'n. Verzieh dich. Ja, okay, ist gut. So, Sam. Aber kaufen. Okay. Na gut, ich nehme den Tabak. Na, dann her mit der Kohle. Sehr schön. Hier hast du deinen Tabak. Drei Stängel, die abgemacht. Mist, Kerl. Okay. Wie? Was hast du gesagt? Ach, nichts. Habe nur laut gedacht. So, so. Na schön. Gut, du hast das Zeug, Trons. Und nun zieh ab. Ich habe noch zu tun. Okay, noch was? Nee, nichts. Ja. Das hätte ins Auge gehen können. Mit seinem Ausspruch hier. Mist, Kerl, sagt er. Na, lass uns mal woanders hingehen. Nach unten. Nee, da muss ich ja da hin. Oh. Hey, warte mal, Jones. Was willst du von mir, Turner? Her mit der Kohle. Aber schnell. Welche Kohle? Jetzt tu nicht so. Ich weiß alles. Was heißt du? Ich habe gesehen, wie Mendoza dem alten Cherome 500 Goldstücke gegeben hat. Und gehört, dass das Gold für dich ist. Sieh mal an. Und weiter? Nichts weiter, Jones. Du rückst jetzt sofort die 500 Goldstücke heraus. Sonst mache ich dich kalt. Oh, der ist ja brutal. Zu wenig Gold? Tut mir leid, Turner. Ich habe nicht mehr so viel Gold. Falsche Antwort, Jones. Oh Gott. Will der jetzt auf mich los, oder was? Oh, Turner, du bist weg. Ja, doof ist es. Wo bist du denn? Turner ist doch da. Ach, da ist er. Los, Turnerchen. Komm. Los. Steck doch mal was ein hier. Wunderbar. Ist er jetzt kaputt? Tatsache. Einen weißen Rum hat er. Oh, der hat mir aber auch noch ganz schnell einen auf die Zwiebel gedätzt hier. Auf die Zwiebel gedätzt. Ach ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da habe ich doch ein bisschen was. An Zwiebelsucke. Nein, Zwiebelsucke. Wie kommt das auf die Zwiebelsucke? Okay, noch ein bisschen Fleisch hier. Schinken. Rohsfleisch. Nein, kein Rohsfleisch. Ich habe da noch hier gemacht. Na, schau mal. Gucken wir mal. Versteckte Beute. Jetzt gibt es hier aber nichts mehr. Goldgeist ist die Quest eben. Teilweise will meine Funktion Gold müssen abwerfen. Tja. China ist tot. Fertig raus. Jetzt geht es weiter mit Starker Raucher. Das heißt also, ich muss dem... Wie hieß es ja noch mal... Ich sollte mal besser lesen. Ähm... So wie die Bird war das. Richtig. Bird. Gut. Oder Bird Lancaster. Wir wissen nicht. Ich finde das gut, so ein paar Schauspieler vornamen. Vielleicht war das ja auch die Intuition der Modder. Was ist das laut hier? Die Intuition der Modder, sich noch ein paar, ne, so Filmschauspielern zu richten. Und... Schauen wir mal. Ich habe jetzt eine schönere Schärfere Waffe. Schärfere nicht, aber kann ich denn überhaupt hier was schärfen? Keine Klingen oder Waffen zum Schleifen. Wieso denn das nicht? Ach, warte mal. Vielleicht geht das jetzt. Keine Klingen zum Waffen oder Schleifen. Den Waffen oder Schleifen, alles klar. Ich wieder... Okay, wo ist denn jetzt hier unser Brett? Hier ist Brett. Hier ist Humphrey. Und da dürfte Bird sein, richtig. Mal gucken, wie das wird. Hier hast du deinen Kraut. Drei Stängel. Hm, ist das auch richtig hartes Zeug? Keine Sorge. Das zieht dir die Schuhe aus. Wow, Mann. Das zieht rein. Sowas habe ich ja noch nie gequant. Ist doch alles in Ordnung mit dir. Na klar. Wieso fragst du? Nur so. Ach so. Hier hast du deine kleine Belohnung. 150 Goldstücke für die drei Stängel. Ist doch okay, oder? Nee, eigentlich. Schön, dass wir uns einig sind. Aber alles klar. Mann. Und alles? Ja. Alles easy, Mann. Okay. Gut. Ja, nachdem jetzt Bird richtig schön gekifft ist, gibt es ja noch eine Wette, die ich offen habe mit Humphrey. Ich muss ihn also unter den Tisch saufen. Aber das erscheint wohl sehr, sehr schwierig. Ich habe natürlich keinen Grog und ich müsste sozusagen noch mal, ja toll, wie viel waren denn das noch mal? Ich muss irgendwas kaufen. Das fahren, glaube ich, Rumgeschichten und die kriege ich beim Haifisch. Joe, Fred und Humphrey, guck mal, vielleicht sagt er noch was dazu. Nein, sagt er nicht. Okay, dann werde ich mich mal eben zu Haifisch, Joe, schnellstänzt, auf den Weg begeben. Das wird sich nie... Oh, hä. Da oben steht mal wieder der Snipe. Oh, hä. Der muss einfach mehr trainieren. Der will mir doch wieder zehn Goldstücke abknüpfen. Der muss einfach mehr trainieren. Ähm, ja. Ich werde mal hier hoch trainieren. Sag du es mir. Mal versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Das hat geklappt. Scheiße, hat nicht geklappt. Heute ist Zahltag. Ach, wisst ihr was? Ich probiere es einfach mal. Du kannst mit. Ich lasse mich nicht länger von dir erpressen. Genau. Ach, willst du das nicht mehr? Dann muss ich dir leider wieder was aufs Maul geben. Wieso wieder? Nee, keine Chance. Mann, 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 Mann. Schade, schade. Jetzt nächste Versuchung, an Snipe vorbeizukommen. Das hat doch mal geklappt. Irgendwann. Dann musste es ja so kommen. Groß hoch, genau richtig. Es war doch seine Entscheidung. Vielleicht gehe ich mal hier so ein bisschen schärfer entlang. Ja. Was hat geklappt? Guck mal, nett. Da ist doch der nette Nett. Zeige ich mir Taschendiebstahl. Zeige mir, wie ich ein Schloss knacke. Äh, knacke, sorry. Ich will meine Geschicklichkeit verbessern. Ja, ich habe ja 20 Lernpunkte. Jetzt, ähm, Taschendiebstahl, Schloss knacken. Geschicklichkeit habe ich zur Zeit 24. Ich will meine Geschicklichkeit verbessern. In Ordnung, Jones. Geschicklichkeit plus 5. Kosten 50 Gold und 5 Lernpunkte. So. Jetzt noch einen. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Gut. Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Das ist gut. Jetzt habe ich nämlich auch 30 geschickt. Das ist eine runde Sache. Finde ich gut. Ich habe noch 14 Lernpunkte. Speichere ich mal ab. Ja. Das ist kein Geheimnis. Ich komme jetzt an Haifisch-Show nicht dran. Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Weil er hinten immer am Labern ist mit Haifisch-Show. Mit Snipen meine ich. Ich werde mal mich hinlegen und so. So. Lass mal gucken, was mit Hook ist. Huckepack. Ach, hier können wir auch was beibringen. Kannst du mir auch was beibringen, Hook? Ja, was denn? Könnte ich schon. Ich könnte dir beibringen, wie du deine Kraft steigern kannst. Ach, er macht Stärke. Kostet dich nur ein bisschen Gold. Na hör mal. Ja, Kumpel. Schließt Haifisch-Show. Na schön. Wie viel willst du haben? Wenn wir nur ein paar Übungen machen, reicht es, wenn du mir dafür 10 Gold nimmst. Wenn du aber mehr wissen willst. Für 50. Ich will meine Kraft steigern. Ich will meine Kraft steigern. Dann komme ich halt eben auch auf 40. Also Stärke 5. 50 Gold und 5 Lernpunkte mache ich. Fertig. Aus. Gut. Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Ja, dankeschön. 40, 30. Ich glaube, das ist gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, zu welcher Tageszeit der Snipe abhaut. Ich werde mal bis Sonnenaufgang schlafen. Nee, du sollst nicht schlafen. Du sollst wieder zurückgehen. Ach Gott, wie ein kleiner Gopar passiert. So, und dann geht es mal wieder zurück. Und Haifisch-Joe ist ja in der Höhle. Wenn er nicht mit Sniper am Höhlenquatschen ist. Oder er ist unten an einem Felsen. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Scheiße, wieso ist denn der schon so früh da? Kacke. Mist, muss ich rumschwimmen. Okay. Ich überspringe das. Wir sehen uns bei Haifisch-Joe. Pfff, nein. Und wenn meine Berechnung stimmen müsste, Haifisch-Joe an diesem frühen Morgen noch hier in dieser Hütte bei Mendoza-Dain. Ah, da sieht es so aus. Ja, da liegt eine noch. Alles klar. Halt! Schwere Vorwürfe werden gegen dich erhoben, Joe. Was? So? Was soll ich denn getan haben, Captain? Ja. Warum hast du meinen Wachposten umgelegt? Ach so. Wolltest du etwa bei mir etwas mitgehen lassen, Bursche? Aber Captain, wie kommt ihr denn darauf? Würde ich nie wagen. Hm. Du willst wohl damit sagen, dass du mit der Tat nichts zu tun hast? Ich warne dich. Ich werde dich im Auge behalten. Wenn ich den Mörder finde, mache ich mit dem kurzen Prozess. Ja, toll. Nach dem Warum wird hier einfach nicht gefragt. So, Haifisch-Joe, ich habe noch 391 Yolt. Ich muss von dir rum... ...kaufen, damit ich die Wette irgendwie hinkriege. Verdammt, was will... Ja, ich will was kaufen. Zeig mir deine Ware. Weiß ich nur nicht, wie viel rum. Du, aber verschon mich gefälligst mit deiner... Ja, wir wissen es. So, was haben wir denn hier? Grock und weiß herum. Er kostet 30. Ach, jetzt weiß ich nicht, wie viel es waren. Wie viele Flaschen. Im Logbuch steht es auch nicht. So. 2, 3, 4, 5, 6. Meines waren 6. 7, 8. So. Sicher ist sicher. 181 Gold habe ich noch. Aber ich könnte ihm noch was verkaufen. Und zwar diesen lustigen Dolch. Aber hier. Embarta-Fergasto. Das sollte ich mal probieren nachher. Ähm. Was habe ich noch? Irgendwas Wertvolles, was ich ihm verknüppeln könnte. Das brauche ich nicht. Ah, hier. Warte, Paddy behalte ich mal lieber. Oh. Ansonsten Gletscherquartz. Brauche ich das? Brauche ich nicht. Eine Säge bräuchte ich vielleicht. Habe ich irgendwas doppelt oder dreifach? Nee, okay. Sonst muss das bis hierhin gewesen sein. Und wir sehen uns bei Humphrey wieder. Ähm. 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 Jetzt sind wir wieder hier. Na? Du lustige Typern. Wo guckst du denn hin, Humphrey? Ansprechend. Hey, du. Ich bin bereit, Humphrey. Oh Gott. Ich mach's. Ich bin bereit, Humphrey. Jetzt auf den Beginn. Du traust dich also wirklich, Jones. Na dann los. Okay, er zwei, ich zwei. Du hast einen ganz schönen Zug drauf. Wie du siehst. Denken wir weiter. Zack. Und? Kannst du noch? Klar, weiter. Oh, er hegst schon. Tja, das war aber nichts. Immerhin hast du's versucht. Oh. Shit. Oh, jetzt beraubt er mich? Nee, er beraubt mich nicht. Bin ich jetzt ausgenockt? Für wie lange? Mann. Ah, jetzt. Jetzt bewegt er sich wieder. Mal gucken, was im Logbuch steht. Nichts. Die Wette. Ich sollte nett um Rat fragen. Nach seinen Erzählungen hat er schon manchen unter dem Tisch. Ach, toll. Und jetzt steht ihm nochmal sechs Flaschen. Na, superklasse. Okay. Ich sollte mal nett fragen. Okay, doch okay. Aber mit der Zeit haut's jetzt hier nicht hin. Das mach ich übrigens in der nächsten Folge. Und bis dahin werde ich mal mich verabschieden, mich bedanken für Abos, für einen Daumen und für Kommentare. Tschüss.